Es gibt einige spannende Aktien, die man leider nicht über Broker wie Trade Republic oder Scalable handeln kann. Das liegt daran, dass die meisten Neobroker lediglich einen oder zwei Handelsplätze zur Verfügung stellen. Häufig Tradegate, Getex oder Xetra. Möchtest du aber spezielle Aktien kaufen, die beispielsweise nur über US-Börsen handelbar sind oder möchtest du Aktien aus der Schweiz kaufen, musst du auf einen Broker mit einer größeren Anzahl von Handelsplätzen zurückgreifen. Problem der meisten Anbieter? Die Ordergebühren für einen ausländischen Handelsplatz sind enorm hoch. 20, 30, 40, 50, 60 Euro pro Trade sind da keine Seltenheit. Heute stelle ich eine Alternative vor, die sich für aktive Trader, aber auch für Investoren eignet, die hin und wieder eine Aktie an der Heimatbörse zu günstigen Konditionen in der Inlandswährung handeln möchten. Wir schauen uns Lynx an. Bevor wir loslegen, möchte ich darauf hinweisen, dass Lynx auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, den Broker zu testen. Dem habe ich zugestimmt, woraufhin ein Testbericht auf meiner Website und eben dieses Video entstanden ist. Für die Zusammenarbeit werde ich bezahlt. Wichtig war mir aber, wie bei jedem Test, dass ich meine eigene Meinung äußern und Kritik offen ansprechen darf. Lynx wurde 2006 in den Niederlanden gegründet und ist seit 2008 in Deutschland aktiv. Dabei gilt Lynx als einer der führenden Online-Broker Europas, ist allerdings kein eigenständiger Broker. Was heißt das? Lynx vermittelt die Eröffnung des Wertpapierdepots bei Interactive Brokers. Dadurch werden die Möglichkeiten von Interactive Brokers mit einer deutschsprachigen Handelsplattform und einem deutschen Support kombiniert. Konkret bedeutet das, dass für Anlegerinnen und Anleger durch diese Zusammenarbeit diverse Vorteile entstehen. Näheres dazu und auch zu allen anderen Themen, die ich in diesem Video ansprechen werde, findest du in meinem Lynx-Artikel, den verlinke ich natürlich in der Beschreibung. Eines der Hauptargumente für oder gegen einen Broker ist die Frage nach der Sicherheit unseres Geldes. Wie seriös ist der Anbieter? Was passiert im Falle einer Insolvenz? Wie werden unsere Einlagen geschützt? Dazu drei Anmerkungen. Erstens, zugelassen ist Lynx von der niederländischen Finanzmarktaufsicht. In Deutschland unterliegt der Online-Broker jedoch der Aufsicht der BaFin. Zweitens, die Kundenkonten werden als sogenannte sekredierte Konten geführt. Dies bedeutet, dass du selbst im Falle der Insolvenz des Brokers über dein gesamtes Geld verfügen kannst, da dein Konto getrennt von dem Vermögen der Kapitalanlagengesellschaft auf deinen Namen geführt wird. Und drittens, dein Account wird mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung und einem Code für die App geschützt. Zudem ist eine Auszahlung von deinem Depot lediglich auf ein Konto, das auf deinen Namen geführt wird, möglich, wodurch dein Geld natürlich zusätzlich geschützt ist. Abschließend möchte ich noch ein Feature hervorheben, das ich bisher noch bei keinem Broker gesehen habe. Lynx schlägt vor, eine vertrauensvolle Kontaktperson zu hinterlegen, was ziemlich sinnvoll sein kann. Nach der Sicherheit sprechen wir nun über die handelbaren Finanzprodukte und das sind ziemlich viele. Wir ignorieren jetzt erstmal die Preise, sondern achten nur auf die möglichen Produkte. Gehandelt werden können Aktien, ETFs, ETPs, Optionen, Futures, Optionsscheine, Zertifikate, Forex, Anleihenfonds, Krypto, in Anführungszeichen, weil man Krypto nur über verschiedene Finanzprodukte kaufen kann, also man kann keine echten Kryptowährungen handeln und CFDs, also nahezu alles, was man sich vorstellen kann. Dazu auch wieder drei Hinweise. Bereits während der Depoteröffnung musst du dich für ein Bar- oder ein Margin-Depot entscheiden. Ersteres eignet sich hauptsächlich für Aktien, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Das Margin-Depot hingegen bietet mehr Möglichkeiten, wie zum Beispiel den Leerverkauf von Aktien. Aber keine Panik, falls du dich falsch entschieden hast oder deine Meinung in Zukunft ändern solltest. Ein Wechsel zwischen den Depotarten ist auch nach Depoteröffnung jederzeit möglich. Eine Mindesteinzahlung bei Lynx ist für das Bar-Depot, welches ich für diesen Test ausgewählt habe, nicht erforderlich. Empfohlen werden zwar mindestens 3000 Euro als Ersteinzahlung, ich habe jedoch mit 1000 Euro keine Probleme gehabt. Für das Margin-Depot gelten jedoch bestimmte Mindestanforderungen, die wir gerade im Hintergrund sehen. Den Link zu diesem Artikel verlinke ich natürlich auch in der Beschreibung. Zweitens, Lynx bietet zwar Aktien und ETFs an, aber keine Sparpläne. Also wer einen Broker sucht, um einen ETF mit beispielsweise 25 Euro pro Monat zu besparen, ist hier definitiv falsch aufgehoben. Und drittens, da ich auf meinem Kanal keine Derivate thematisiere, fokussieren wir uns im weiteren Verlauf des Videos lediglich auf das Aktienangebot und die Möglichkeit, an den unterschiedlichsten Handelsplätzen Aktien zu guten Konditionen zu kaufen. Gute Konditionen sind das richtige Stichwort und die perfekte Überleitung für einen Blick ins Preis- und Leistungsverhältnis. Aufgrund der Vielzahl angebotener Finanzprodukte kann dieses Dokument ziemlich komplex wirken. Deswegen gehe ich jetzt auch nur auf die wichtigsten Punkte ein. Die Depotführung bei Lynx ist kostenfrei, solange das Depot über einen Netto-Liquidierungswert von mindestens 1000 US-Dollar oder einen äquivalenten Betrag in einer anderen Währung verfügt oder die Ordergebühren pro Monat mindestens 1 US-Dollar betragen. Ansonsten wird eine Mindestaktivitätsgebühr von einem US-Dollar erhoben. Kurz zur Erklärung, Netto-Liquidierungswert bezieht sich auf den Wert des gesamten Depots, also Barmittel plus aktuelle Positionen wie zum Beispiel Aktien. Und wenn man einmal richtig über Lynx handelt, dann ist der Depotwert relativ schnell bei über 1000 US-Dollar. Dementsprechend ist diese Bedingung eigentlich sehr leicht zu erfüllen. Kommen wir nun zu den interessanten Handelsplätzen. Lynx bietet Stand Oktober 2022 Zugang zu 150 Märkten in 33 Ländern und 25 Währungen. Das Problem ist, die Kosten je nach Handelsplatz unterscheiden sich. Deswegen kommt es genau darauf an, wo man handeln möchte. Wir beginnen bei den deutschen Handelsplätzen. Hier sehen wir die üblichen Kandidaten. Xetra, Tradegate, Getex, Frankfurter Börse, Stuttgarter Börse und noch weitere. Und hier sehen wir dann die Provisionen, die fällig sind und auch den Mindestbetrag an Provisionen, den wir bezahlen müssen. Anders sieht es dann aus bei Amerika. Bis zu 2000 Aktien handeln wir für 0,01 USD. Minimum aber 5 US-Dollar. Und hier geht es dann weiter. Und je nach Land und Börse unterscheidet sich dann die Gebühr, die wir zahlen müssen und die wir mindestens zahlen müssen. Kurz zum Vergleich, wie groß der Unterschied sein kann. Wir haben hier deutsche Aktien. Eine Order für 4000 Euro würde 5,80 Euro entsprechen. Wenn wir jetzt eine Order für 10.000 Euro abgeben, würde das Ganze 14 Euro kosten. So, wenn wir jetzt aber US-Aktien handeln, Apple für 3000 Euro, würden wir nur 5 Dollar bezahlen. Wenn wir aber Apple-Aktien für beispielsweise 10.000 Dollar handeln würden, dann ändert sich der Preis nicht, weil wir noch immer unter dem Mindestbetrag liegen. Man kann diese Gebühren natürlich nicht mit Trade Republic vergleichen. 1 Euro pro Trade, egal ob man für 1000 oder 10.000 Euro kauft. Hier haben wir eben den Zugang zu speziellen Börsenplätzen und kaufen hier natürlich dann auch in der Inlandswährung oder können in der Inlandswährung handeln. Dementsprechend ist dann der Spread auch deutlich geringer. Ich habe es ja gerade schon angesprochen. Man kann Aktien dann in der jeweiligen Inlandswährung handeln und dafür muss man natürlich Währungen umtauschen. Was ich ziemlich gut finde und was ziemlich einfach gelöst ist, man kann über Lynx direkt die Währungen tauschen. Und hier sehen wir dann die fälligen Gebühren für den jeweiligen Währungsumtausch. Neben den Gebühren gibt es noch ein Thema, das man unbedingt beachten sollte und das sind die Steuern. Bei deutschen Brokern werden in der Regel die Steuer auf Kursgewinne, Dividenden oder Zinsen automatisch an das zuständige Finanzamt abgeführt, sobald der Freistellungsauftrag ausgeschöpft ist. Dies ist hier nicht der Fall. Lynx führt die Abgeltungssteuer nicht automatisch ab. Geworben wird in solchen Fällen häufig mit einem Vorteil für die Anlegerinnen und Anleger, so auch bei Lynx. Dies kann der Fall sein, muss es allerdings nicht. Lynx hat dafür sogar drei Beispiele auf der Website eingebettet. Ich öffne mal das erste und lasse das hier einfach offen. Nachteile ergeben sich für einfache Anlegerinnen und Anleger, die nicht regelmäßig traden, sondern ihre Aktien langfristig über Lynx halten. Alle Kursgewinne und Dividenden müssen dementsprechend manuell in der nächsten Steuererklärung eingetragen werden. Dafür gibt es aber Gott sei Dank genug Dokumente von Lynx. Also wir haben eine schöne Aufstellung aller Gewinne, aller Ausschüttungen, die man sich dann als PDF beispielsweise ausdrucken kann. Vorteile ergeben sich für aktive Trader, die durch die Wiederanlage des nicht abgeführten Kapitals potenziell einen zukünftig höheren Gewinn erzielen können. Da ich kein Trader bin, ist das für mich eher ein Nachteil, aber dank der schönen Kontoauszüge oder Übersicht für die Steuererklärung ist das für mich kein großes Problem. Nachdem ich einiges über den Broker erklärt und gezeigt habe, wird es Zeit für ein Zwischenfazit, bevor ich die Depoteröffnung und die Plattform an sich zeige. Stellen wir uns die Frage, für wen eignet sich Lynx? Für Trader bietet Lynx die perfekten Lösungen an. Geringe Gebühren, der Zugang zu zahlreichen komplexen Finanzprodukten und die Möglichkeit vor- und nachbörstig zu handeln, sind nur einige von zahlreichen Vorteilen des Brokers. Darüber hinaus wird das Angebot durch eine professionelle Trading Software wie auch Analyse-Tools abgerundet. Für Anlegerinnen und Anleger, die Penny Stocks, Nebenwerte oder auch bekannte Aktien an der Heimatbörse zu günstigen Konditionen in der jeweiligen Landeswährung handeln möchten, kann sich Lynx durchaus lohnen. Ein Margin-Konto wie auch der Umgang mit einer komplexen Handelsplattform ist dafür nicht notwendig. Für Kleinanleger, die regelmäßig ETFs und Aktien mit geringen Summen besparen, ist Lynx definitiv nicht geeignet. Hier eignen sich Neobroker oder Onlinebroker, die kostenfreie Sparpläne anbieten. Kommen wir nun zur Depoteröffnung. Im Gegensatz zu den jungen Smartphone-Brokern ist die Depoteröffnung bei Onlinebrokern in der Regel etwas aufwendiger. So auch bei Lynx. Das Ausfüllen des Depoteröffnungsantrags hat bei mir ca. 9 Minuten in Anspruch genommen. Anschließend wirst du von Lynx durch alle weiteren Schritte, also Ausweishochladen, Postident, Unterschrift des Originalantrags detailliert geführt. Bis ich mich in mein Konto einloggen konnte, sind bei mir persönlich 6 Tage vergangen. Im Allgemeinen kann man von einer Dauer von 1-2 Wochen ausgehen. Wenn du mich unterstützen möchtest, kannst du für die Depoteröffnung gerne meinen Affiliate-Link in der Beschreibung nutzen, also x7finance.de.go.lynx. Scroll nach unten und fülle den Depoteröffnungsantrag aus. Wenn du damit Probleme hast oder neugierig bist, welche Fragen dir gestellt werden, lese dir das Kapitel in meinem Lynx-Erfahrungsbericht durch. Dort habe ich den Prozess detailliert beschrieben. Wenn du alle Schritte abgeschlossen hast, erhältst du per E-Mail deine Zugangsdaten, mit denen du dich dann in den WebTrader oder ins klären Portal einloggen kannst. Das machen wir auch gleich zusammen. Vorher muss ich aber zugeben, dass Lynx sehr umfangreich ist und selbst nach meiner Einarbeitung in die Plattform und Handelssoftware gibt es nahezu jeden Tag wieder etwas Neues, das ich entdecke. Wenn weitere Videos zur Vorstellung bestimmter Prozesse gewünscht werden, kann ich dies in Zukunft gerne umsetzen. Frag dazu einfach in den Kommentaren. Für dieses Video bleibt es allerdings bei einer kleinen Einführung. Einige Tipps für den Anfang kann ich dir aber jetzt schon an die Hand geben. Folge dafür folgender Hilfestellung von Lynx. Verlinke ich natürlich auch in der Beschreibung. Es beginnt mit der Einrichtung der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das ist hier wirklich sehr gut erklärt mit schriftlichen Anleitungen und auch mit Videos. Dann kann man die Freigaben überprüfen, also wenn man den Depottyp ändern möchte oder ein bestimmtes Finanzprodukt handeln möchte. Dann wird in Videos erklärt, wie die Handelsfläche aufgebaut ist und was man als erstes machen sollte und welche Funktionen wichtig sind. Dazu zeige ich gleich etwas. Und dann wird einem sogar noch bei der ersten Order geholfen. Und wenn man trotz all dieser Tutorials und Videos nicht weiter weiß, kann man jederzeit den Support kontaktieren. Und das kostenfrei. Und sogar per Teamviewer, also man wird sogar von einem durch alles durchgeführt. Also da wird einem wirklich sehr gut geholfen. Jetzt schauen wir uns die Oberfläche an, sprechen über die Portfolioübersicht. Ich zeige, wie man Währungen tauscht und wie die Aktienanalyse aussieht. Bevor wir handeln, müssen wir natürlich Geld einzahlen. Und das macht man über das kleine Portal, also die Kontoverwaltung. Und da loggen wir uns jetzt erstmal ein. In der E-Mail, die einem zugesendet wird, steht der Benutzername und das Passwort. Und das muss man später ändern. Aber als allererstes würde man sich dann mit dem zugesendeten Username und Passwort einloggen. Ich habe jetzt auch schon eine Zwei-Faktor-Authentifizierung eingestellt. Das hat man am Anfang nicht. Die Anleitung dazu, wie man das macht, habe ich eben gezeigt. Und ist natürlich auch im Video verlinkt und auch in meinem Artikel erklärt. Wenn man sich einloggt, sieht man direkt eine kleine Übersicht mit dem aktuellen Barbestand, der Kaufkraft, der Nettoliquidität und der Veränderung meines Portfolios bzw. dem Wert meines Portfolios, meiner einzelnen Aktie, lohnt sein Portfolio. Wichtig ist, dass man Geld einzahlt. Und dafür muss man als allererstes auf Transfer und Zahlen klicken und dann auf Guthaben übertragen. Im nächsten Schritt hinterlegt man dann sein Konto und wählt aus, wie viel Geld man in welcher Währung einzahlen möchte. Bei mir ist das natürlich schon hinterlegt. Deswegen müsste ich nur darauf klicken und könnte dann auswählen, wie viel Geld ich einzahlen möchte. Eine genaue Anleitung dazu gibt es auch wieder von Lynx. Hier ist Schritt für Schritt erklärt, wie man was genau anlegen muss. Diese verlenke ich natürlich auch in der Beschreibung. Nachdem das Geld angekommen ist, kann man natürlich sofort mit dem Handeln loslegen. Und ich zeige auch gleich, wie man das macht und Währungen umtauscht. Vorher möchte ich aber ganz kurz den Portfolio-Analysten vorstellen. Dieses Tool ist nämlich ziemlich interessant. Mein Portfolio ist zwar noch nicht ziemlich groß, aber wir sehen, was dieses Tool denn kann. Und da sehen wir ziemlich viele Möglichkeiten, unser Portfolio bzw. unsere Performance auszuwerten. Und das ist wirklich sehr interessant und womöglich das komplexeste Portfolio-Analyse-Tool, das ich bei einem Broker je gesehen habe. Wir haben sogar eine Regionszuordnung. Eine Branchengewichtung ist natürlich schwer bei einer Aktie und sonst nur Cash. Aber man kann sich schon vorstellen, wie detailliert das aussieht, wenn man in diesem Depot beispielsweise 10 Aktien hätte. Was ich persönlich auch sehr interessant finde, ist der Reiter ESG. Hier sehen wir sogar ein ESG-Rating für das eigene Depot. Natürlich bezieht sich das jetzt hier nur auf eine Aktie, aber das finde ich wirklich bemerkenswert. Sowas habe ich, wie gesagt, noch bei keinem anderen Broker gesehen. Ein letzter wichtiger Punkt im Klient-Portal sind die Depot-Auszüge, die wir dann auch für die Steuererklärung brauchen. Dafür klicken wir auf Performance und Berichte und dann auf Kontoauszüge. Und hier kann man jetzt individuell festlegen, was man in diesem Auszug alles drin haben möchte. Dieser kann ziemlich komplex werden. Ich klicke einfach mal auf Aktivität. Nun kann ich auswählen, ob ich das täglich, monatlich oder sogar das gesamte Jahr mir anzeigen lassen möchte. Und kann sogar das Format bestimmen, HTML, PDF oder auch CSV. Ich entscheide mich für PDF, klicke auf Starten und dann wird mir alles vorbereitet. Eine genaue Erklärung gibt es auch wieder in einem Artikel. Den verlinke ich natürlich in der Beschreibung. Um handeln zu können, müssen wir uns jetzt in den WebTrader einloggen. Dafür klicken wir wieder auf Login und dann WebTrader Links Basic. Und hier geben wir wieder den gleichen Benutzernamen und das gleiche Passwort wie für das Klient-Portal ein. So sieht die Startseite aus. Hier haben wir auch direkt den Netto-Liquidierungswert, der ja wichtig für die Mindestaktivitätsgebühr ist. Ansonsten haben wir oben unser Portfolio, Watchlisten und Performance. Bei Watchlisten kann man natürlich auch individuelle festlegen. Diese sind schon voreingestellt. Wir wollen aber jetzt als allererstes Aktien kaufen. Und dafür können wir das Ticker-Symbol nutzen, das ja in Deutschland eigentlich fast nie benutzt wird. Ich kenne das von einigen, allerdings nur, weil ich das ziemlich interessant finde. Dann können wir die ISIN eingeben oder den Namen. Ganz wichtig, WKNs zählen hier nicht. Also stattdessen lieber ISIN eingeben. Als Beispiel nutzen wir AMD. Und jetzt tauchen hier mehrere AMDs auf, aber welche ist die richtige? Und dafür müssen wir auf die Endung hier hinten achten. Das ist nämlich die Währung, in der diese Aktie gehandelt wird. Und hier drunter sehen wir auch den Handelsplatz. Hier haben wir die AMD, die an der Nasdaq gehandelt wird in US-Dollar. Hier haben wir die AMD, die in Euro gehandelt wird. Klicken wir einfach mal auf die Euro-AMD und da möchte ich etwas zeigen. Wir klicken jetzt hier auf Kaufen und sehen hier bei STK-IBIS Smart, FWB, Frankfurter Wertpapierbörse oder die anderen Handelsplätze wie zum Beispiel Stuttgart oder Tradegate oder Getex. Hier kann man auswählen, über welchen Handelsplatz man AMD kaufen möchte. Smart heißt hier, dass der Broker für dich entscheidet, welcher Handelsplatz die besten Konditionen anbietet und wo du die Aktie eben am günstigsten kaufen könntest. Schließen wir das erstmal. Wir wollen die Aktie ja nicht in Euro, sondern in US-Dollar beispielsweise direkt an der Nasdaq handeln. Vorher schauen wir uns aber mal den Chart an. Hier sehen wir so einen kurzen Ausschnitt oder einen kleinen Ausschnitt des Kursverlaufes von AMD. Mehr sehen wir, wenn wir auf Chartansicht öffnen klicken. Hier können wir mit Rumspielen und die Balkengröße verändern oder auch den Chart-Typ. Wir können beispielsweise Flächen auswählen oder eine Linie oder verschiedene Indikatoren einbauen. Also wir haben hier ein ziemlich gutes Tool, mit dem man arbeiten kann. Im nächsten Reiter sehen wir eine technische Analyse. Bitte nicht eins zu eins darauf vertrauen, was hier steht, sondern den eigenen Research machen. Das schreibt Lynx auch immer dazu. Es ist gut, wenn einem Analysen angeboten werden und es kann auch helfen. Aber letztendlich bist du immer derjenige, der die Verantwortung für deine Käufe und Verkäufe trägt. Dann werden hier noch die verschiedenen Optionen angeboten. Futures, CFDs, wenn man denn dafür freigeschaltet ist. Ich bin es nicht. Und die verschiedenen Hebelprodukte. Je nach Aktie und Markt, den man auswählt, werden hier natürlich wieder mehr oder weniger Produkte angeboten. Für mich ist das allerdings irrelevant, da ich keine Derivate handele. Zurück zum Kauf. Wir wollen AMD an der Nasdaq handeln. Dafür tippen wir hier oben AMD ein und klicken dann auf Nasdaq. Hier sehen wir jetzt den Kursverlauf der gleichen Aktie, nur eben nicht in Euro, sondern in US-Dollar. Und hier steht dann auch Nasdaq Stock Exchange. Und hinter dem aktuellen Kurs steht dann auch ein USD. Wenn wir AMD jetzt kaufen wollen würden, könnten wir hier die Anzahl festlegen. Beispielsweise, wir nehmen jetzt einfach mal 1. Hier können wir den Order-Typ festlegen. Hier können wir die Order-Laufzeit festlegen, also für einen Tag, bis sie ausgeführt wurde oder bis zu einem bestimmten Datum. Und daneben können wir dann auch den Limitpreis festlegen, also beispielsweise auch 55,55 US-Dollar. Hier haben wir sogar die Möglichkeit auszuwählen, dass wir außerhalb der regulären Handelszeiten handeln können. Das ist ja über Lynx möglich. Ich warne nur, dementsprechend hoch ist dann auch der Spread, weil die Liquidität natürlich deutlich geringer ist als zu den regulären Handelszeiten. Es besteht dann auch die Möglichkeit, optionale Order-Zusätze hinzuzufügen. Also beispielsweise eine Stop-Loss-Order kann man hier schon festlegen. Oder eine Gewinnmitnahme nutze ich persönlich nicht, da ich ja die Aktien langfristig halte. Hier unten werden uns dann die geschätzten Kosten angezeigt. Ich erinnere aber an eben, für bis zu 2000 Aktien in US-Dollar werden ja mindestens 5 Dollar fällig. Bevor wir AMD in US-Dollar handeln können, müssen wir erstmal unsere Währung umtauschen, damit wir überhaupt US-Dollar in unserem Depot haben. Und dafür klicken wir auf Portfolio und dann hier unten auf Währungen. Und ich habe beispielsweise meine Euros in Schweizer Franken getauscht, damit ich mir Luntzer kaufen konnte in Schweizer Franken bei einer Schweizer Börse zu einem geringen Spread, was sehr gut ist. Aber wenn man jetzt eine Währung umtauschen möchte, muss man hier auf die verfügbare Währung klicken. Also beispielsweise Euro wird bei dir wahrscheinlich stehen und dann klickst du auf in eine andere Währung umtauschen. Und dann kannst du hier auswählen, in welche Währung du umtauschen möchtest. Ich habe dann beispielsweise Schweizer Franken ausgewählt. Hier gibt man dann die Menge ein. Ich habe glaube ich 1000 Euro in Schweizer Franken umgetauscht. Und dann steht hier nochmal alles genau erklärt, zu welchem Preis man handeln würde. Das ist natürlich auch eine ganz normale Order, nur dass man hier eben keine Aktie kauft oder verkauft, sondern eben Währungen gegeneinander tauscht. Hier kann man dann die Anzahl bestimmen, die man umtauschen möchte. Hier kann man den Order-Typ auswählen. Ich habe natürlich mit einer Limit Order gehandelt. Und hier legt man dann den Limitpreis für diesen Währungsumtausch fest. Links hat dazu auch wieder ein Tutorial bereitgestellt. Das verlinke ich natürlich auch in der Beschreibung. Das war es dann auch eigentlich schon. Es gibt wie gesagt noch zahlreiche weitere Funktionen. Aber für den einfachen Kauf einer Schweizer Aktie oder einer Aktie an der Nasdaq reicht das vollkommen aus. Und die anderen Funktionen lernt man dann mit der Zeit kennen. Ein letzter Hinweis noch oder ein Artikel, den ich dir ans Herz legen kann, ist dieser hier. Die Börsenzeiten 2022. Wenn man ja eine Aktie an der Heimatbörse handelt und dann einen geringen Spread haben möchte, dann sollte man natürlich zu den Öffnungszeiten handeln. Und diese sind in diesem Artikel für alle Börsen, Plätze oder Länder hier nochmal genau aufgelistet. Diese hat man ja nicht immer im Kopf, also diesen verlinke ich auch in der Beschreibung. Abschließend sprechen wir noch über die Vor- und Nachteile von Lynx, bevor wir dann zu meinem persönlichen Fazit kommen. Beginnen wir mit den Vorteilen. Wir haben eine sehr große Auswahl an Handelsplätzen. Geringere Gebühren als die Konkurrenz für den Handel an internationalen Börsen. Und die Aktien können auch an der Heimatbörse in der Inlandswährung gekauft werden. Und dazu gibt es einen einfachen und günstigen Währungsumtausch, den ich persönlich sehr zu schätzen weiß. Wir haben zahlreiche Ordertypen und auch Anlageprodukte und die Möglichkeit vor- und nachbürstig zu handeln. Was ich persönlich ziemlich gut finde, ist auch die Unterscheidung zwischen einem Bar und Margin Depot und dass wir zusätzlich zur Desktop-Version eine kostenfreie professionelle Handelsplattform nutzen können, auch wenn wir kein Trader sind. Darüber hinaus wird umfangreiches Lehrmaterial, Analysen, Strategien und alles Mögliche angeboten, was ziemlich gut aufbereitet ist. Und wir haben die Möglichkeit, ein Gemeinschaftsdepot oder ein Firmendepot anzulegen. Das ist auch nicht bei jedem Broker möglich. Zu guter Letzt noch ein Vorteil, der aber auch ein Nachteil sein kann. Und das ist die nicht vorhandene automatische Abführung der Abgeltungssteuer. Kommen wir nun zu den Nachteilen und da gibt es bisher noch nicht viele. Nummer eins, die Benutzeroberfläche ist anfänglich sehr, sehr komplex für Anfängerinnen und Anfänger. Selbst für mich, der schon sehr viele Börsen und Broker getestet hat, war es wirklich sehr schwierig, sich zuerst einzufinden. Aber dafür gibt es sehr viele Videotutorials und Anleitungen in Schriftform. Die haben mir wirklich geholfen, den Broker näher kennenzulernen. Also hier gibt es Gott sei Dank sehr viel Material und dann findet man sich auch relativ schnell zurecht. Nummer zwei, es werden keine Aktien- und ETF-Sparpläne angeboten. Ob das so ein Nachteil ist, ist die Frage. Dieser Broker ist dafür einfach nicht gemacht. Und zu guter Letzt, der Nachteil, den ich eben bei den Vorteilen vorgestellt habe, es findet eben keine automatische Abführung der Abgeltungssteuer statt. Das kann je nach Strategie eben ein Vor- oder Nachteil sein. Fazit. Lynx wirkt auf den ersten Eindruck sehr komplex. Auf den zweiten vielleicht auch. Nach einer Eingewöhnungsphase und mithilfe der bereitgestellten Tutorials wird die Plattform aber zunehmend übersichtlicher, sodass die zahlreichen Tools keine Hürden, sondern eine echte Bereicherung darstellen. Lynx eignet sich aufgrund der Produktvielfalt und der nahezu unbegrenzten Handelsmöglichkeiten sehr gut für Trader. Besonders der kostenlose Zugriff auf die professionelle Trading-Software überzeugt. Aber auch Anlegerinnen und Anleger, die Aktien über Heimatbörsen wie zum Beispiel in den USA zu günstigen Konditionen handeln möchten, kommen bei Lynx auf ihre Kosten. Neben der Trennung des Bar- und Margin-Depots hat mich der einfache Währungsumtausch und auch die Möglichkeit über einen simplen Web-Trader zu handeln überzeugt. Dementsprechend bin ich froh, dass ich jetzt einen guten Online-Broker gefunden habe, wo ich meine Schweizer Aktien zu deutlich besseren Konditionen als früher handeln kann. Und wenn ich dich von Lynx überzeugt habe, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du meinen Link in der Beschreibung für die Depoteröffnung nutzen würdest. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn du Fragen hast, stell sie einfach in die Kommentare und wir sehen uns dann hoffentlich in einem zukünftigen Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.